schließt du irgendwas auf uns? Ne, ne? So, ist das Fahrwerk jetzt hoch oder nicht? Ja. Keine Ahnung. Was geiles willst du sagen? Es ist oben, ja. Es ist nicht unten. Es ist nicht unten. Ich kann es sehen. Es ist nicht unten. Warte, leider. So, ach. Jetzt kann ich weiß. So, jetzt fällt das Fahrwerk runter, Martin. Genau jetzt. Jetzt kannst du runter gehen. Wenn du jetzt runter gehst, dann landen wir. Ich hoffe, dass die Turrets nicht noch etwas später spawnen. Das ist mir mal passiert. Da hat nichts geschossen. Ich bin gelandet und als ich dann ausgestiegen bin, sind die Dinger gespawnt. Manchmal die Power nicht auf, Martin. Ja, dass die Schilder anbleiben. Damit wir die Schilder haben. Scamming. Wir müssen erstmal wieder den Ausgang finden. Hier bei mir. Ja. Wir nehmen auch eine Waffe in die Hand, ne? Wahrscheinlich gleich, äh... Was? Jetzt schon? Warte. Hey, what the fuck? Warum schmeißt der meine Waffe weg? Ich hasse das. Oh, was ist denn jetzt? Meine Waffe liegt irgendwie... Oh, der droppt immer meine Waffe. Wo ist denn? Zurück? Oh, Mann. Jetzt hab ich's. Okay, mein Red Dot ist aber... Und meine Waffe schießt auch nicht. Jetzt schießt ihr doch. Ja, das war meine Pistole. Wo ist jetzt mein Gewehr hin? Alter. Du weißt es auf dem Rücken. Äh... Wieso? Du siehst ein bisschen so aus, würdest du gerade tanzen. Endlich. So, und jetzt schießt es. Jetzt schießt es. Mal einen Typenkalt waren, oder? Boah. Welche Typen? Das Traget ist immer noch nicht so anknallt. Doch. Musst du ja nicht, dass wir einen Typen abknallen müssen. Ich dachte, das wäre so... Gnarrn und... Wir müssen... Ja, du fress aber vor, Martins. Du hast den dicksten Rucksack. Du rennst dir mal vor. Also man muss sagen, darf ich das denn auch? Ich muss das jetzt nicht nachmachen, weil du froh ist, ne? Ich hoffe, das Schiff fliegt dich weg im Wind. Was ist das für ein Krach? Das ist mal ein Blutlicht hier. Woher kommst du hier? Ja. Woher kommt man hin? Ja. Zu dieser... schwer zu übersehenden Station, würde ich mal sagen, bei der ich gerade... Hoffentlich kriegst du hier ein Untergrundkopf noch. Das ist die Standardbasis, so wie sie immer aussieht, oder? Es gibt doch nur eine Basis. In dem ganzen Spiel. Ja, da ist das... Achso. Das sieht das krass aus. Ja, das ist irgendwie... Scheiß mit da. Guck mal jetzt mal. Ich glaube, das macht so einen nervigen Lichtkegel in dem Gebel. Ja, das ist die Standardbasis, so wie sie schon seit 50 Versionen aussieht. Das ist nichts Neues. Das kommt erst in den nächsten 8 Versionen irgendwann. wenn sie es schaffen, ein zweites Gebäude für FPS-Missionen zu machen. Oh, oh. Sorry. Ich bin gerade falsch gelaufen. Verzeihungsnebel. Eieieiei. So, wie hieß nochmal Medical Pan mit Q, oder? B. C. Okay. B. 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 gedacht, und dann habe ich die Magic Waffe in die Angst genommen. Ja, genau. Ich kann die Waffen aufgeben, Leute. Sonst passiert irgendwas Schweres. Wieso sind wir eigentlich zu viert? Da ist das Target. Ihr lauft alle gerade weiter an den Target vorbei. Die Markierung war auch genau dieselbe, wie die einer für uns hatte. Ich habe gerade gedacht, warum sind wir vier Spieler gerade? Oh Mann. Okay, Leute, wir liegen nicht mehr Geld für mehr Tote. Achso, ja, komm dann raus. Wir haben unser Geld bekommen. Ja, ja, komm, Hyperion. Hyperion, 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 zurückkommen, 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 zurückkommen. Okay, ich muss zugeben, das war jetzt mein ziemlich lustiger Caping-Moment. Ich... Wer ist denn dieser vierte Spieler? Ach, das ist der Spieler-Target. Wer ist denn dieser Target? Wenn ich es nachlade, habe ich nicht mehr Schuss. Also, dann... Dann lade ich nicht wirklich nach. Das heißt, dein Magazin mit der größten Capazität-Stelle? Ja, das ist wie bei... Nein, ich hatte vier Schuss, Martin. Das ist nicht das Magazin mit der größten Capazität. Vielleicht doch. So, das war jetzt Hardcore. Zum Schiff. Und gut dran. Und dann geht es nächste Mission. Amen. Und dann geht es planned. Vielen Dank.